hey yo was geht ab leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video heute mal einen kleinen vlog wie man es auch immer nennen mag und zwar sind wir gerade auf dem weg zum schalke tag wir haben jetzt noch glaube ich ja 5,7 kilometer vor uns also sind schon ordentlich gefahren sind gleich da und ja ich nehme euch einfach mal mit ich war noch nie auf dem schalke tag sollen ja bis zu 100.000 leute kommen und ja wir schauen einfach mal ich bin mega gespannt let's go ich hoffe ihr habt bock auf das video und ich würde sagen let's go oh yeah right now my head is just spinning spinning let's go i need a red cup right now and the girls are there and there and there i'm cool nah matata gotta keep it chill though ain't nobody hotter gotta keep it real though everybody wanna rap out the things that they money don't bring me i got a day job but the music is the love fanbase getting swoll but the music is the drug i ain't gonna lie hell yeah i've been in love but this life so sick das geilste maskottchen wo gibt's ja sicher im universum warum tun wir sowas hätten wir uns noch nicht abgeklatscht hinter der bühne ehrlich klasse so oh 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 Das war jetzt schon so aus dem Training raus. Everybody's keep smiling. Der ist ja immer, immer am Lachen, immer gut gelangt. So sieht er aus, haben alle Bälle mitgebracht für euch und ich darf begrüßen. Vielen Dank. Wie zufrieden warst du damit? Ja, ich denke, das haben die Jungs gut gemacht. Ich glaube, wir brauchen uns da dann auch nicht zu verstecken und zu sagen, das war nicht gut, das war gut. Allerdings wissen wir auch alle, dass wir noch einiges zu tun haben und es noch fernab von perfekt war. Der kann nicht ganz so schnell, er hat sich ja so eine kleine Verletzung zugezogen. Gehen zwar gleich drüber, wirft auch lieber nur, denn sonst wird die hinterher noch schlimmer, das wollen wir ja nicht. Mit der 34, Michael Langer. Und mit der 35, Alex. Die sind ja nur ein paar Quadratzentimeter Stoff, aber bedeutet schon was. Ja, hundertprozentig. Eine riesen Ehre für so einen Verein als Kapitän aufzulaufen. Ein mega Verein in Deutschland, auf der Welt, in Europa. Ich glaube, jeder kennt Stärke 04 und deswegen ist es eine riesen Ehre für mich. Ja. Okay, jetzt sind ja alle da. Also kommt mit der 5, Matja Nastasic. Mit der 17, Benji. Ebenfalls neu bei uns. Mit der 20, John Joe. Jawohl. Mit der 24, Mastiano Cicca. Mit der 24, Mastiano Cicca. Fangen wir an mit Ozan. Ozan Kabak auf dem Trikot. Soll Ozan stehen oder Kabak? Ozan. 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 Ich Hans-Entreman. W억! Wulff. Wieistens. Wuh! Wuh! Geist. Alles jetzt. Geist. Wuh! Wuh! G-St после 40,000. An dich zu überreichen, ich hoffe es findet bei dir einigermaßen vernünftigen Platz. Es ist eine Fanwahl nach so einer beschissenen Saison, denke ich mal, hat es aber auch den Wissens getroffen. War zumindest weit eigentlich. Danke für das schöne Geschenk, freut mich natürlich sehr, es ist mir eine große Ehre und ich denke, es wird bei mir in der Vitrine auf jeden Fall zu sehen sein. Dankeschön. Mit der Nummer 9, neu auf Schalke, Benito. Und der Mann ist so schnell, der kommt auch hier vorbei. Und der Mann ist so schnell, der hier sehe ich hier, der immer das Mikro in der Geschichte verliert. So, Abimantonte ist nicht da. Den wollen wir natürlich nicht vergessen, aber leider, ich war heute nicht hier. Mit der 15er, gegen Dichner Junge, ihr bürgt ihn alle, Ahmetz. Und mit der 19. Schon einer von den Oli's im Kader. Also schon lange da. Mit der 21. Wieder zurück auf Schalke, hier ist Fabian. Mit der 22. Gestern das wichtige 1-0 gemacht. Stefan. Und wenn wir nach Torschützen drehen, mit der Nummer 37, Münir, Levenz, Merjan. So, Schalke-Tag ist jetzt auf jeden Fall zu Ende. Waren jetzt gut, ja, ein paar Stunden hier, von 11 bis um halb 5 ungefähr. Ihr konntet ja sehen, was so abgeht. Schalke-Mannschaftsvorstellung, viele Buden, wo man irgendwas dran machen konnte. Ja, eigentlich wollten wir noch eine Arena-Tour machen. Allerdings war die Schlange da so lang, dass wir das dann doch gelassen haben. Aber es gibt ja noch ein paar Schalke-Tage. Auf jeden Fall, ja, fahren wir jetzt nach Hause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr Bock habt auf weitere Videos, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt einen Kommentar. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.